Mein Name ist Martin Haag, ich bin CEO der Logis-Gruppe. Wir entwickeln Beschichtungen und Hygienekonzepte. Als erstes Personal Training Studio haben wir den R1 Sportclub ausgerüstet. Alle Kontaktflächen, mit denen die Sportler in Verbindung kommen, sind permanent geschützt und desinfiziert worden. Mittels einer Beschichtung Logis-Grips Hygienebeschichtung. Zum einen wurden die Türklinken und Kontaktflächen mit den Logis-Grips Antikeimfolie ausgerüstet. Sie sind sehr, sehr leicht aufzubringen, durchsichtig und man kann sie auf alle Kontaktflächen kleben. Des Weiteren gibt es die Logis-Grips Antikeimversiegelungstücher. Mit denen können alle weiteren komplizierten Kontaktflächen beschichtet werden. Also alle Kontaktflächen wie Kettebelts, Gewichte, Handläufe, Klimmzugstangen etc. sind beschichtet worden und somit sicher.